Friedrich Hölderlin Am meisten aber lieb ich. Am meisten aber lieb ich und bewundere den Dichter aller Dichter um seines Achilles wegen. Es ist einzig, mit welcher Liebe und welchem Geist er diesen Charakter durchschaut und gehalten und gehoben hat. Nimm die alten Herren Agamemnon und Odysseus und Nestor mit ihrer Weisheit und Torheit. Nimm den Lärmer Diomed, den blindtobenden Ajax und halte gegen sie den genialischen, allgewaltigen, melancholisch zärtlichen Göttersohn, den Achill. Und wie der Dichter ihn, den Jüngling, voll Löwenkraft und Geist und Anmut in die Mitte gestellt hat zwischen Altklugheit und Rohheit. Und du wirst ein Wunder der Kunst in Achilles Charakter finden. Im schönsten Kontraste steht der Jüngling mit Hector, dem edlen, treuen, frommen Manne, der so ganz aus Pflicht und feinem Gewissen Held ist, da der andere alles aus reicher, schöner Natur ist. Sie sind sich ebenso entgegengesetzt, als sie verwandt sind, und eben dadurch wird es umso tragischer, wenn Achill am Ende als Todfeind des Hector auftritt. Der freundliche Patroklos gesellt sich liebend zu Achill und schickt sich so recht zu dem Trotzigen. Man sieht auch wohl, wie hoch Homer den Helden seines Herzens achtete. Man hat sich oft gewundert, warum Homer, der doch den Zorn des Achill besingen wollte, ihn fast gar nicht erscheinen lasse. Er wollte den Götterjüngling nicht profanieren in dem Getümmel vor Troja. Der Idealische durfte nicht alltäglich erscheinen, und er konnte ihn wirklich nicht herrlicher und zärtlicher besingen, als dadurch, dass er ihn zurücktreten lässt, weil sich der Jüngling in seiner genialischen Natur vom rangstolzen Agamemnon als sein Unendlicher unendlich beleidigt fühlt, so dass jeder Verlust der Griechen von dem Tag an, wo man den Einzigen im Heere vermisst, an seine Überlegenheit über die ganze prächtige Menge der Herren und Diener mahnt, und die seltenen Momente, wo der Dichter ihn vor uns erscheinen lässt, durch seine Abwesenheit nur desto mehr ins Licht gesetzt werden. Diese sind dann auch mit wunderbarer Kraft gezeichnet, und der Jüngling tritt wechselweise, klagend und rächend, unaussprechlich rührend, und dann wieder furchtbar so lange nacheinander auf, bis am Ende, nachdem sein Leiden und sein Grimm aufs Höchste gestiegen sind, nach fürchterlichem Ausbruch das Gewitter austobt, und der Göttersohn kurz vor seinem Tode, den er vorausweist, sich mit allem, sogar mit dem alten Vater Priamos aussöhnt. Diese letzte Szene ist himmlisch, nach allem, was vorhergegangen war.